Mein Name ist Jared, ich bin 24 Jahre alt und selbstständig als Videograf und Fotograf. Mich hat halt schon immer Bewegtbild inspiriert, weil man damit einfach Sachen festhalten kann oder auch eine Story erzählen kann. Bei Bildern ist es ja auch so, dass man sich nach 20 Jahren immer noch Bilder angucken kann und sich dann denkt, okay, krass, was die schon alles erlebt haben oder was man so kreiert hat. Und das ist so das, wo ich finde, das inspiriert mich persönlich extrem. Ich finde halt Fotos schränken einen ein. Und bei Videos hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu kreieren, Momente festzuhalten, Emotionen festzuhalten und einfach auch dieses untereinander connecten und neue Leute kennenlernen, finde ich persönlich einfach auch ganz cool. Auf meiner Website kann ich meine ganze Arbeit zeigen. Auf den anderen Plattformen bin ich meistens eher so eingeschränkt, was das angeht. Da kam GoDaddy ins Spiel und ich konnte mir meine Website mit wenigen Klicks selber erstellen und am nächsten Tag schon online gehen. Durch die Website kann ich mich die Leute jetzt einfacher buchen und kontaktieren. Bis zum nächsten Mal.